Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Die Kameras. Ich hab gesagt, du musst dich zuerst um sie kümmern. Was für Kameras? Keine Ahnung, ich bin ja jetzt drin. So. Oh Gott. Ah ne, zusammen. Um das Bild zu bewegen. Such ihn, Aiden. Um Gottes Willen. Die Zeit mit der Steuerung ist jetzt gefunden. Ich bin ruhig. Was für Kameras? Wo soll ich die denn... Ich muss jetzt noch mal gucken in dem Raum. Wo ist hier die Kamera? Wenn ich die Kamera zerstöre... Gut, dass du mir das zeigst. Ah, ich könnte den Typie einfach... ...aus dem Weg schaffen. Hier muss es sein. Ich muss den ablenken. Ich muss den ablenken. Ich muss den ablenken. Als ob der das nicht mehr sieht. Wir sind sicher. Okay. So, jetzt schnell... Ich muss mal kurz in den Einstellungen gucken. ob man die sensitivität von ein noch ein bisschen Ich kann nicht mehr viel länger Sorry Oh, die hat schon wieder Nasenbluten Spooky zu Geln Wir sind euch nur dieser Ah ja, wir werden heute hier Aber wir werden hier ��를 in den Krieg Hier gehen wir hier selber Das ist etwas Warum nimmt sie meine Aufzeichnungen mit? Was ist jetzt alles umsonst? Was? Der ist eigentlich Aiden. Also so richtig wissen wir es glaube ich selber noch nicht. Also wir wissen nur, sie kann Aiden steuern. Spiegel mein Nasenblut wegmachen. Ja und es scheint sowas wie eine zweite Seele zu sein. Ich weiß nicht, ob das ein vielgeschlagenes Experiment war in ihrer Kindheit oder keine Ahnung. Das müssen wir glaube ich noch rausfinden. Aber sie hat Aiden zur Hilfe. Aber sie bekommt halt dann Nasenblut dafür. Ist nicht so gut drauf. Abtrocknen. Und ganz viel Spaß, Franzi, mit dem Spiel. Ich bin gespannt, was du auf Dauer sagen wirst. Dann können wir es ja mal zusammen spielen. So, wo ist es? Jodie, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut. Ja, wir gehen. Ja, wir haben die Botschaft abgeschlossen. Ich habe mich wahrscheinlich total doof angestellt. Ähm. Ja. Aber ich habe das abgeschlossen. Ja, ich muss mich, äh, nach dem Stream noch kurz einloggen. Wird ich mir die Scherben noch abholen. Aber das ist normal, Franzi. Äh. Ich habe die ersten Monate in dem Spiel, ich habe mich gefühlt wie ein kompletter Loser. Das kommt wirklich mit der Zeit. Allein das Steuern, das Umgucken. Gebt dir Zeit. Macht dir keinen Stress. Ne? Ich spiele das schon viele, viele, viele Stunden. Das ist nicht das, wie ich angefangen habe. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jodie, du betest doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid, das Kleid ist schrecklich. Ich bin mir nicht mehr. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Ich sag mal, eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben. Vielleicht findest du da Freunde. Okay schon. Yay, Geburtstagsparty! Ich kann sie so nachfühlen. Und ich hab's gehasst, auf Geburtstagsfeiern zu gehen. Hast du dir das für den PC gekauft oder für die Konsole, Franzi? Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, dass wir dir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin deinem Fünfter. Viel Spaß. Die Aufsichtsperson, meinst du Nathan? Dystopia? Ich hab ihn halt im Kopf von Spider-Man. Es ist komisch, ihn jetzt hier zu sehen. Als... Ja, als... Ziehvater oder so. Keine Ahnung. Sagen wir gehen einfach. Weiter komm ich nicht. Der Goblin. Kenn ich nicht. Hey Jodie, komm rein. Hey Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm Jodie, nicht zu schüchtern. Hey Jodie, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Wurde auch Zeit, dass sie verschwindet. Hey Leute, das ist Jodie. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen so ein Zeug? Nein. Party time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jodie, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Also ich muss sagen, die Stimmen sind wirklich schlecht abgemischt. Also, mal ist es extrem, also es heißt extrem laut, mal sind die Stimmen aber deutlich zu verstehen und dann wiederum gar nicht so richtig. Ein Spider-Man, der heißt Goblin? Ich wüsste nicht mehr, wie er heißt. Aber gut to know. Gob hören wir. Gob? Ich glaube, wenn wir Disco machen, sind wir gut, oder? Welches ist die englische Synchro besser? Das kann sein, aber ich habe es auf Deutsch jetzt. Was für ein Gedudel ist das denn? Hä, das ist Disco-Musik. Wenn du jetzt Country anmachst. Was Richtiges für eine Party. Hä? Hat die was geändert? Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jodie, du auch alt? Ja. Ja, klar. Ich trinke mal hin. Ihr trinkt ja nicht mal. Ihr tut nur so. Ihr habt es nur in der Hand. Boah, das ist so schlimm, weißt du? So als Außenseiter. Hier noch mehr trinken. Hier zum Sofa. Steuerung. Hey. Das ist nicht so spannend. Die hat sich schon verschluckt, bevor sie was getrunken hat. So. Deines Care-Paket. Oh, sorry. Ich habe auf Chat geguckt. Es ist mit Quick-Time-Event. Entschuldigung. Ja. Gut gemacht. Der guckt schon ganz anerkennend da an der Theke. Okay, reicht. Ganz herzlich. DVD für die PS4 geholt. Das Gute ist, es gibt ja jetzt Crossplay. Ich muss aber auch dazu sagen, die Steuerung mit dem Controller bei DVD ist nochmal was ganz anderes. Ich habe zwischendurch immer mal versucht, mit dem Controller zu spielen. Das kriege ich auch null hin. Deswegen. Was genau ist das? Cookie? Oder was? Nein, danke. Achso, du rauchst. Ich dachte, dass was auf dem Tisch liegt. Ich habe übrigens nichts gedrückt. Das Spiel hat abgelehnt. So. Du? Ich mache Stimmung. Ah, Stimmung ist im Keller. So wollen wir das. Was anderes machen? Achso, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass erstmal allen kalt ist. Okay. Hey, der hier fehlt noch. Ich habe gehört, euch ist kalt. Ich habe gehört, euch ist kalt. Ich bin reserviert. Ich bin schüchtern. Ich bin in so einem Programm mit eigenem Lehrer. Klar. Ich wirst du bestimmt noch, wenn wir uns dort begegnet wären. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Ähm. Das hat sie ja schon erzählt. Das gewohnt erzählen. Ja, wir arbeiten im selben Labor. Sie dachte, es wäre gut für mich, wenn ich mehr Zeit mit Gleicheiträgen verbringe. Also. Und hier bin ich. Ich war vorher in London, aber seit zwei Jahren wohnen wir hier. Achso? Wo hast du vorher gewohnt? Anders. New York. Mann, ich liebe New York. Das ist der Wahnsinn. Ich war mal da, voll abgefahren. Hast du denn Hobbys? Nein. Irgendwas, was dir Spaß macht? Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich surfe, so oft ich kann. Und ich spiele in einer Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Ich glaube, der will einfach nur hören, dass er toll ist, oder? Sag dir das nicht. Ich lese viel. Langweilig. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Also ich... Was soll's. Ich bin ehrlich. Sie denken ehrlich, ich bin ein Freak. Ich hab... ...reine Gabe. Kontakt zu einer Existenz. Existenz? Du meinst wie ein Geist oder sowas in der Art? Ich weiß, das klingt... ...völlig verrückt, aber... ...es ist eine Art... ...wie eine unsichtbare Präsenz und die folgt mir. Es ist jetzt... ...es ist jetzt da? Das war ein Witz. Immer eine Witz. Ich hab's dir wirklich abgenommen. Ich dachte, du hast einen kompletten Schuss oder sowas. Danke für das Kompliment. Was langsames. Willst du mit mir tanzen? Nein. Ich kann... ...das wirklich nicht... Ich hab doch abgelehnt. Warum zwingt mir das Spiel jetzt diese Entscheidung auf? Wir haben jetzt hier wieder ein Quicktime-Event. Das vermassel ich jetzt absichtlich. Toll. Ich wusste, es kommt ein Quicktime-Event. Ich vermassel es nicht, okay? Nicht absichtlich. Weißt du... ...bestimmt hörst du das ständig, aber... ...ist echt hübsch, weißt du? Danke. Was ist mit dir bloß? Danke. Du kennst mich doch gar nicht. So. Ich hab jetzt mal meine Meinung hier eindeutig gezeigt. Matt. Ja? Ich glaub, wir können jetzt die Stimmung machen. Ich überleg mir was. Seid ganz still. Nicht bewegen. Ich hab solche Angst. Ich hab mich gerade eingepisst. Klappe, Steven. Pass mal auf, Steven. Kann ich mit dir was machen? Nein. Kann ich hier machen überhaupt? Nein. Sie war... Was tun? Komm, nimm ich dich. Ich kann mit dir was machen. Ich mach euch fertig, Leute. Ich friere. Was ist bloß hier los? Ah! Fernseher. Na, der Fernseher. Reicht's, Leute? Oder muss ich noch mehr machen? Hört ihr das? Da, da ist so... ...ein Flüstern. Kann ich hier noch was machen? Okay, ist vorbei. Ja, mir auch. Das war wirklich gruselig. Ich hab mich gewollt, dass einer Angst kriegt. Sorry, ich... Ihr wolltet das alle und... Gut, okay, Leute. Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Oh, yeah, vor allen anderen Geschenke auspacken. Oh, das war immer so peinlich. Toller Schleimer, ja. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Das haben wir geschenkt. Sieht aus wie ein Buch. Und ich glaube nicht, dass das was für Sie ist. Was ist das? Ein altes Buch. Es lieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtsband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan Wehr? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. Nein, ehrlich, ist das dein Kleid? Ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freaky-ge Laborratte. Ja. Und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh. Und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten... ...irgendwas mit ihr machen. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Ah! Ah! Schmeckt sie euch! Nein! Nein! Oh, Meisterin der obschuren Dunkelheit! Lass mich drehen! Bringt uns deine mächtige Magie! Bitte! Bitte! Lass mich raus! Ich bitte euch! Bitte, lass mich raus! Bitte! Gab's nicht noch Kuchen? Bitte, ich will hier raus! Bitte, lass mich raus! Ich bitte euch! Bitte, lass mich raus! Können wir nicht Aiden losschicken? Aiden? Aiden? Ah! Solche Szenen, ne? Das macht mich so böse! Ja, es ist ein Videospiel, aber das Problem ist, sowas passiert halt auch in echt. Bitte! Okay, wir haben, äh, Aiden. Ja, so aus dem Nichts halt auch. Und dieser komische, die ist ja mad. Der hat ja wohl den Vogel abgeschossen. Wenn wir schon die Option für Rache haben. Dann nutzen wir die auch. Wir können aber nicht bei denen was machen, dann wissen die doch, dass wir das sind, oder? Ah! Upsi! Ja, jetzt würdet ihr ein bisschen Angst haben. Alwander Blödsinn! Keiner will! Ah! Shit, das ist Wahnsinn! Ich verschwinde von hier! Lasst mich hier nicht alleine! Tschüss! Okay, warte doch nicht! Die Tür, sie ist versperrt! Unmöglich! Sieh fester! Ich sag doch, sie ist zu! Erst mal gucken, was wir alles kaputt machen können! Die Fenster, nur uns die Fenster! Verschlossen! Wie ganz ein Scherf ist, ist ja echt nicht witzig! Ups! Warum geht das nicht? Das geht nicht, warum auch immer! So, jetzt kann ich hier was machen? Warum geht das nicht immer? Muss ich mich verarschen, Spiel? So! Was? 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 Ich weiß, dass jemand hier ist! Wenn du bleibst nicht hier, hast du überhaupt einen Wal? Es ist da drüben! Oh, ich bin hier! Oh, jetzt geht der Katze! Einmal noch, okay? So! Okay! Ich gehe! Tschüss! Jesus! Oh, Gott! Oh, Gott! Was ist passiert? Ihr wollt uns trinken? Sie ist der Teufel! Der Teufel! Das ist der Teufel! Nein, man sollte sich niemals mit mir anlegen! Das ist der Teufel! 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 Das ist der Teufel!